Wie ist das für den Herrenhandball? Christiane Salvin, erst mal herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Danke schön. Es war für den norwegischen Handball, zumindest für den Herrenhandball ein großer Erfolg. Also der größte seit den 1950er Jahren. Ihr habt damit auch einen ganz schönen Hype in Norwegen ausgelöst. Wie hast du das mitgekriegt? Ich habe nicht so viel gelesen, wann wir spielen. Aber später die Meisterschaft, diese zwei Tage, habe ich viel gesehen und viel gelesen. Und das ist cool. Der Handball ist auch ein großer Sport für Männer in Norwegen. Das war super für uns. Wie war euer Empfang, als ihr nach Norwegen zurückgekommen seid? Noch mal bitte. Wie war der Empfang, als ihr nach Norwegen zurückgekommen seid aus Frankreich? Das waren viele Leute. Das waren 1,8 Millionen Zuschauer auf TV. Und das ist ein neues Rekord in Norwegen. Das ist super cool. Der Handball ist so populär. Jetzt warst du als Teil der norwegischen Offensive Teil einer wirklich guten Mannschaft. Ihr habt viele Tore geworfen. Du wurdest auch von den Kommentatoren, auch im deutschen Fernsehen viel gelobt. Hast du das schon gehört? Ist das schon bei dir angekommen? Nein, ich habe nicht gehört. Ich habe von den norwegischen Medien gehört. Und das ist alles. Aber meine erste Aufgabe in dieser Meisterschaft war die Abwehr. Und ich denke, ich habe das okay gelöst. Du hattest, wenn man das mit Magdeburg vergleicht, glaube ich, relativ viele Zeitstrafen und Verwarnungen. Ja, das ist richtig. Und das ist ein bisschen komisch. Ich denke, ich bin nicht so viel in Magdeburg und auch nicht viel in meiner Karriere. Ich weiß nicht, warum. Aber ich denke, das ist ein bisschen cool auch. Nummer eins in dieser Statistik. Das ist cool. Jetzt hat man vor dem Finale gesehen. Du warst natürlich auch ein bisschen nervös, oder? Wie sah das da in dir aus vor dem Finalspiel? Und ich denke, das Spielfinale ist super, super cool. Und ich denke, dass du ein bisschen nervös bist. Das ist normal. Und ich denke, das waren 18.000 Zuschauer. Und eine Atmosphäre. Das war, ich habe nicht die deutsche Welt, aber insane. Und das war super cool. Nein, ich denke, das war ein gutes Spiel für uns. Und ich denke, wir haben viel gelernt. Und das ist wichtig für eine junge Mannschaft. Gibt es trotzdem so ein bisschen Enttäuschung, dass es vielleicht doch nicht ganz gereicht hat zum Gewinnen? Ja, das ist richtig. Wir spielen Finale zu gewinnen. Und Frankreich ist eine super Mannschaft. Und sie war so stark für uns. Aber ich denke, für 25 Minuten haben wir einen super Handball gespielt. Aber das ist nicht genug gegen Frankreich. Du brauchst 60 Minuten gut gegen eine Weltmannschaft. Und wir hatten das nicht gespielt. Noch kurz als kleinen Abschluss. Wie war so das Feedback von deinen Mannschaftskameraden hier aus Magdeburg, nachdem du die Medaille gewonnen hast? Super. Ich denke, es gibt viele Leute hier. Kroatien, Slowenien, Deutschland und Dänemark. Das hat eine sehr gute Chance für eine Medaille. Und Perso kommt zurück mit der Bronze. Und schade für Musa mit diesem vierten Platz. Aber ich bin auch super zufrieden. Und die Mannschaft ist, was heißt das auf Deutsch, happy für mich. Und ja, ich denke, das ist cool. Die Frage von der Seitenlinie. Wo wird die Medaille denn bei dir jetzt persönlich landen? Wo hängst du die hin? Ich denke, das ist in meinem Elternhaus in Norwegen. Aber jetzt in meinem Wohnzimmer, denke ich. Ich kann das immer sehen. Das ist eine gute Präsentation für eine norwegische Mannschaft und eine kleine Nation. Das ist vielleicht die beste Erinnerung für mich jetzt im Handball. Cool. Dann gucken wir mal, ob da noch ein paar kommen. Okay, dankeschön. Danke. 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 Danke.